Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primter Magazin. Heute wieder mit drei wunderbaren Geschichten, diesmal von AIDA Stella. Erstens, Showmanagerin Nadja erzählt mal so ein bisschen, wie ihr Alltag ist und was sie so macht. Zweitens, unsere Kollegen von der Weltreise sind in Madeira angekommen. Und drittens habe ich für sie einen Selfie-Moment der besonderen Ahnung. Viel Spaß! AIDA Cara ist auf Madeira angekommen und Sie werden es nicht glauben. Wer hat unser Weltreiseschiff wohl begrüßt? Genau, Inacio. Unser größter Fan, unser treuster Fan und wir haben uns richtig über ihn gefreut. Viel Spaß! Wir hatten wirklich heute einen ganz tollen Tag hier auf Madeira. Als wir heute Morgen angekommen sind, hat uns unser Fan Inacio natürlich schon zugewunken vom Hafen aus. Er hatte eine große Tafel für uns vorbereitet und da durften sich dann alle Gäste der Weltreise darauf verewigen. Herzlich willkommen! Moin, moin! Als ich diese Wand heute Morgen gesehen habe, war ich total beeindruckt. Inacio hat mir zwar schon davon erzählt, aber dass er das nur aus freien Stücken und nur weil er AIDA so liebt, finde ich total beeindruckend. Und danach ging es für uns alle auf die verschiedenen Ausflüge. Wir haben uns die tolle Natur von Madeira angesehen. Das war wunderschön hier. Wir haben es richtig genossen, den Tag. Und als wir wieder zurück an Bord waren und es hieß Leinen los, da hat für mich eigentlich das eigentliche Highlight des Tages gestartet. Denn wir sind nicht wirklich losgefahren, sondern wir haben noch einmal einen kleinen Stopp eingelegt vor den Toren der Stadt. Und vor der Kulisse haben wir dann ein wunderschönes Feuerwerk zum Auslaufen und zum Abschied von Europa erlebt. Wir hatten sogar Inacio noch mit an Bord. Der hat Cocktails für uns gemixt. Und den hat dann gerade eben das Wassertaxi abgeholt und wieder nach Hause nach Funtiai geprobt. Also wir hatten wirklich viel Spaß und einen superschönen Abend. Und wir verabschieden uns jetzt von Europa. Tschüss vom Weltreiseschiff bei IDA Karan. Ich bin ja gerade hier auf IDA Stella, weil ich mit meinen Kollegen eine neue Show einrichte. Ganz, ganz, ganz spannender Prozess. Werden Sie in einer der nächsten Ausgaben was von sehen. Unsere Showmanagerin Nadja erzählt Ihnen mal, wie ihr Alltag ist. So behind the scenes, was so alles passiert rund um Schminken und alles das. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz, ganz spannender Beitrag. Viel Spaß. Hallo, mein Name ist Nadja Weise und ich bin Showmanager auf IDA Stella. Die Shows werden in Hamburg einstudiert, sechs Wochen bevor wir aufsteigen. Da lernt man im Prinzip so in einer Woche fast zwei Shows. Das ist schon ziemlich viel und es wird musikalisch und choreografisch da einstudiert. Wir haben zwei Dresser, die unsere Darsteller unterstützen. Aber wir haben ja auch die Probenzeit in Hamburg, die sechs Wochen. Und da werden die Darsteller auch angelernt, sich selber zu schminken. Da haben wir genaue Vorlagen, damit es für die Show passend ist. Kann You Feel It ist so speziell, dass wir natürlich ein aufwendiges Make-up haben. 70er Jahre ist natürlich schön bunt und glitzer. Das heißt, die Darsteller sind auf jeden Fall zwei Stunden vor der Show schon da. Und wie man dann in der Show sehen kann, haben auch selbst die Jungs, die Tänzer, ein wenig Glitzer im Gesicht. Und natürlich auch ganz große Wimpern bei den Mädels, viele Perückenteile, viele Haarteile auch. Ich habe sechs Techniker an Bord. Die brauche ich auch, damit so eine Show überhaupt funktionieren kann. Also einmal ein First und Second Light, ein First und Second Sound und ein First und Second Stage. Das heißt, wir haben drei Techniker oben im FOH, die das Licht fahren, die den Sound fahren und die auch die Bühne fahren. Aber natürlich brauche ich auch unten, Backstage oder unter der Bühne, auch Techniker, damit die Bühnenfahrten freigegeben werden und damit da unten auch noch ein bisschen Unterstützung ist. Also generell organisiere ich mein ganzes Team hier an Bord, damit jeder weiß, wann er wo sein muss. Also damit die Solisten und die Tänzer wissen, wo sie zu proben haben oder was sie zu proben haben. Speziell bei der Show bin ich für einen reibungslosen Ablauf zuständig. Das heißt, am Anfang bin ich für die Entertainment-Managerin zuständig, dass die ihr Mikro hat, dass sie auf die Bühne gehen kann, dass alle Solisten und Tänzer Standby sind und natürlich, dass die Techniker da sind und dass wir eine tolle Show haben. Also der Musikmanager und ich, wir arbeiten Hand in Hand vor der Show und auch während der Show, weil er zuständig ist für die ganzen musikalischen Einstudierungen und die Proben, die wir hier an Bord haben. Und deswegen guckt der sich natürlich auch die Show an und schaut einfach, ob die Harmonien stimmen, ob die Lautstärke der Solisten stimmt. Einen schönen Abend und viel Spaß bei der Show. Und wenn Sie mehr wissen wollen über uns, dann gehen Sie auf www.aida.de oder ins nächste Reisebüro. Und wissen Sie was? Jetzt kommt sie, ich weiß, Sie haben darauf gewartet, die Verlockung der Woche. Und wissen Sie übrigens, was meine Verlockung der Woche ist? Hier hinter mir, der Pool auf dem Crewdeck auf Aida Stella. Viel Spaß! Wohlfühlen auf Aida, das bedeutet unterwegs zu sein. Zunächst vom Basishafen Dubai durch das Arabische Meer in den Hafen von Musket im Oman. Der nächste Hafen ist Abu Dhabi. Wir machen noch Halt in Baha'in, bevor es wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt Dubai geht. Und zum Schluss, wie immer, ich weiß, Sie haben darauf gewartet, die Bilder der Woche hinterlegt mit wunderbarer Musik. Und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen von der Wärme hier aus dem Orient in Ihr Wohnzimmer schicken. Viel Spaß! Das war's. I'll be there I'll be there I'll be there to protect you Yeah baby With an unsublish love I respect you Just call my name And I'll be there I'll be there Don't you call me again I'll be there I'll be there Just call my name I'll be there I'll be there I'll be there I'll be there Vielen Dank.